Heute habe ich die Knallermeldung für Sie. Rentner können die Energiepreispauschale von 300 Euro zweimal bekommen. Ja, Sie haben richtig gehört. Rentner können pro Person 600 Euro Energiepreispauschale in diesem Jahr erhalten. Erinnern wir uns etwas zurück. Ursprünglich hieß es, Rentner erhalten die 300 Euro Energiepreispauschale überhaupt nicht, da sie im Juli eine üppige Rentenerhöhung bekommen. So hatte es seinerzeit die Bundesregierung kommuniziert. Natürlich war die Frustration groß. Viele von Ihnen haben sich bei Bundestagsabgeordneten zu Recht schriftlich beschwert über diese Ungerechtigkeit. Ich habe Ihnen in einigen Videos aufgezeigt, mit welchen Tricks Sie trotzdem als Erwerbstätiger dann zum Beispiel im Rahmen eines Minijobs Anspruch auf die Energiepreispauschale bekommen können. Irgendwann ist sicherlich auch dank Ihrer Schreiben an die Bundestagsabgeordneten die Bundesregierung eingeknickt und hat beschlossen, dass auch Rentner im Dezember die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten sollen. Dieser Gesetzentwurf ging diese Woche durch den Bundestag. Und hier traue ich meinen Augen und Ohren kaum. Auch ich habe in einem meiner letzten Videos noch die gängige Meinung vertreten, dass Sie unbedingt darauf achten sollten, wenn Sie neben der Rente noch ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben, dass Sie im Dezember der Rentenversicherung mitteilen, dass Sie die Energiepreispauschale schon als Arbeitnehmer bekommen haben. Ich habe die Meinung vertreten, dass wer dennoch versucht, an dem Punkt die Energiepreispauschale doppelt zu beziehen, sich strafbar machen könnte. Aber dem scheint nicht so zu sein. Denn auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung gibt es eine extra FAQ-Seite für die Energiepreispauschale für Rentner. Dort sind die wichtigsten Fragen aufgelistet. Eine der Fragen ist, ich zitiere, wie es zu verfahren, wenn ich die Energiepreispauschale als Rentnerin oder Rentner erhalte, obwohl ich die Energiepreispauschale für Erwerbstätige oder als Empfängerin oder Empfänger von Sozialleistungen, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Wohngeld, Grundsicherung, einmaliger Heizkostenzuschuss erhalten habe. Die Antwort auf diese Frage auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung lautet, Die Zahlungen schließen einander nicht aus. Sie können in beiden Personenkreisen anspruchsberechtigt sein. Sollten jedoch mehrere Renten bezogen werden, zum Beispiel Altersrente und Witwenrente, wird die Energiepreispauschale für Rentner nur einmal gezahlt. Aus juristischer Sicht ist das auch nicht unplausibel, denn die Energiepreispauschale, die sie als Erwerbstätiger erhalten haben, hat als Gesetzesgrundlage das Einkommensteuer und demnach würde ein Anspruch nach der entsprechenden Norm im Einkommensteuergesetz bestehen. Als Rentner sind sie jedoch nach einem ganz anderen Gesetz anspruchsberechtigt, nämlich nach dem, das jetzt demnächst noch durch den Bundesrat gehen dürfte. Und zwar als Rentner sind sie anspruchsberechtigt nach dem Gesetz zur Zahlung einer Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, dem sogenannten Rentenbeziehende-Energiepreispauschale-Gesetz. Dementsprechend wird argumentiert, dass sie nach zwei verschiedenen Rechtsnormen, also nach zwei verschiedenen Gesetzen, nämlich dem Einkommensteuergesetz und dem Rentenbeziehende-Energiepreispauschalen-Gesetz anspruchsberechtigt sein können. Wie ich eingangs erwähnt habe, kann ich meinen Augen und Ohren noch nicht glauben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gönne es Ihnen von Herzen, dass all jene, die die Tipps beherzigt haben oder über anderen Weg die 300 Euro Energiepreispauschale als Arbeitnehmer erhalten haben, nun tatsächlich doppelberechtigt sind und im Dezember die Auszahlung der 300 Euro nochmals als Rentner erhalten. In Summe also pro Person 600 Euro. Unter dem Video habe ich Ihnen auch den Link zu den FAQs bei der Deutschen Rentenversicherung verlinkt. Da können Sie all das nochmal selbst nachlesen. Sollte sich bei dieser Rechtsauffassung demnächst doch noch etwas ändern, werde ich Sie natürlich direkt informieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video etwas Mut machen. Fragen schreiben Sie bitte unter dem Video in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.